Das ist der N-Locker Acryl, ein Mundlocker. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung 40 Jahre lang habe ich alle Locker Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.